Liebe Zuschauer bei TZ Online und Münchner Merkur, unser Kaffeeautomat ist kaputt. Also umsagt Ihnen die Hinweise für einen neuen Kaffeeautomaten. Händen Sie uns einen Automatenwulfen, äh, Laien. Laien. Danke. In welcher Sendung darf man das machen? Ha? To, ha, to, ha, to. Sie will es doch. Wir verbringen mehr Zeit miteinander als mit dem Partner letzten Endes und das ist schon relativ heftig. Und ich bin menschlich enttäuscht von dir, weil du mich nicht fragst, wie ich ins Bett gehe. Jetzt hält er die Luft an, das dauert aber nicht lang. Wann gehst du ins Bett? Ach, ich gehe immer zu Sprech. Wir haben auch mal Tage, wo wir jetzt nicht so, äh, wua, Kasperl aus der Dose sind, aber eigentlich ist die Stimmung so, wie ihr es heute erlebt habt, immer. Axel ist vom Stuhl gefahren, mitten in der Sendung. Das war allerdings tatsächlich sehr lustig. Ich wollte mich halt abstützen und dann bin ich halt auf dieses, unsere Verkehrsplanfahre gekommen und auf einmal war die Musik aus und großes Chaos. Und dann mussten die beiden reizenden Kollegen das dann natürlich auch entlarmen. Ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass ich eigentlich der seriöse Teil dieser Sendung bin. Und damit zur nächsten Frage. Wenn wir nicht beste Morningshow werden, dann sind natürlich unsere Arbeitsplätze in Gefahr. Das wollen sie doch alle nicht. Und dann knallt es außerdem und wir halten die Luft an. Das ist ganz einfach. Wollen wir jetzt mal an? Buhh!